Der Studiengang in drei Worten. Facettenreich. Praxisnah. Persönlich. Im Masterstudiengang Corporate Communication Management qualifizieren wir in drei Semestern für das Berufsfeld Unternehmenskommunikation. Mit dem Blick fürs große Ganze lernen Sie bei uns in den drei Teilbereichen interne Kommunikation, Public Relations und Marketingkommunikation, Grundlagen, vertiefendes Wissen und Spezialisierung. Bei uns bekommen Sie nicht nur eine theoretisch fundierte, wissenschaftlich fundierte Ausbildung, sondern auch eine Ausbildung, die sehr nah an den Bedürfnissen der Praxis orientiert ist. Bei uns füllen Sie Ihre Methoden, Ihre Kompetenzen-Toolbox von Anfang an und sind damit bestens vorbereitet auf einen erfolgreichen Berufseinstieg. Besonders gut am Studium gefällt mir eben, dass die Gruppen so klein gewählt sind und eben dadurch kann man in ganz kleinen Teams zusammen an Projekten arbeiten. Und der Fokus ist auch hier ganz klar, dass man viel Praxiserfahrung mitbekommt und eben auch mit Praxispartnern an verschiedenen Projekten arbeitet. Wir gehören zu den fünf Prozent der besten Business Schools weltweit und das öffnet Ihren Türen zum Beispiel für ein Auslandssemester über Europa hinaus. Also warum nach Pforzheim? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Für mich war es die wahrscheinlich beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe hier sehr viel gelernt, was mir im Beruf weitergeholfen hat. Ich habe hier sehr viele Menschen kennengelernt, was einfach zum Spaß hier jeden Tag beigetragen hat. Und deswegen kann ich nur sagen, kommt nach Pforzheim. Den Master Corporate Communication Management sollte man bei uns in Pforzheim studieren, weil es ihn schlichtweg nur hier gibt. Wir bilden Sie aus für Führungsfunktionen und für Fachfunktionen in der Praxis der Unternehmenskommunikation. Und da sind Sie bei uns genau richtig.